Hallo Jäger und Freunde des Roten Punktes, im folgenden Video sehen wir die Montage von einem Red Dot aus dem Hause Konus auf meine R8, inklusive dem Einschießen auf 50 Meter. Ich wünsche euch viel Spaß, weit man's heil, bis gleich. Hi Freunde, cool, dass ihr noch dabei seid. Also wie schon angekündigt, montiere ich heute einfach einmal so ein Einstiegsmodell, Red Dot Visierung auf meine R8. Die Aufnahme, die habe ich schon länger drauf und immer hat sich nicht ergeben, ist ja scheißegal. Letztendlich wisst ihr selber, die Erntejagd steht vor der Tür, der Mais ist sozusagen ballreif und ich will mir einfach die Option offen halten, trotz Zielfernrohr einen flüchtigen Schuss abgeben zu können. Deswegen ist jetzt der Plan, kleines Unboxing, da schauen wir uns miteinander das Gerät mal an und dann einschießen auf 50 Meter. So der Plan, ja, mit Material, das seht ihr hier, meine R8, das ist meine Jagdwaffe, mit der gehe ich raus, mit der decke ich so gut wie alles ab, ja. Außer dann eben Hasenjagd und Raubwild, aber ansonsten mache ich mit der alles. Glas drauf von DD Optics, DD Optics, kennt ihr ja bei mir. Ja, und momentan probiere ich Munition aus von Brennecke, bleifrei. Ich habe schon ein paar Schuss abgegeben, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das ist ein Geschoss mit 147 Crain, ja, Tuck Nature. Und ja, mit der schieße ich heute einfach mal das Konus ein und mit der will ich jetzt auch raus. Heute ist der 1. September, somit sind alle Rehe erstmal offen. Ja, so der Plan. Und jetzt machen wir das Ding mal auf, bevor ich euch noch weiter voll labere. Was haben wir dabei? Garantie schreiben, braucht Kassau, ja, in x verschiedene Sprachen, ganz toll. Dann die Bedienungsanleitung, auch in verschiedensten Sprachen, die arbeiten wir dann einfach mal ab, hätte ich gesagt. Da sehen wir nämlich auch gleich, ob sie gut übersetzt ist, das ist ja immer ein wenig ein Problem. Und ob sie funktioniert. Ein Reinigungstüchlein für, na sagst man, für die Linse. Ja, da empfehle ich euch, das habe ich glaube ich sogar schon soweit durch. Schaut, dass ihr immer, seht ihr hier, dass ihr einfach immer in eurem Jagdscheinetui sowas schon dabei habt. Das ist nicht das Schlechteste. Ich habe sogar noch Pflaster drin. Was habe ich noch drin? Ja, ganz wichtig für die Drückjagden. Die Texte für die Jagdhorn-Signale und so weiter. Also wirklich, es gibt ja Texte dazu, das wisst ihr ja alle. Meine Revierkarte. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, gehen wir es durch. Drittsiegel. Dann, ich bin ja auch Fallenjäger, habe den Fallenlehrgang gemacht. Dann ist hier so eine Broschüre zum Thema Fallenjagd. Ein wenig Tipps und rechtliches. So, ich denke, jetzt habe ich euch genug vollklappert mit dem Zeug. Ich habe eine Kopie von meinem Ausweis, falls ich meinen Geldbeutel nicht dabei habe. Ja, WPK und Jagdschein. Gut, machen wir mit dem Gerät weiter. Es ist dabei ein Schraubenzieher, Schraubendreher, mein Fehler, sorry. Ein Inbusschlüssel. Ah, dann so eine Adaptierung für das Red Dot, wenn ihr eben keine Picatinny-Schiene habt oder Picatinny-Wieferaufnahme. Leider bin ich jetzt zu wenig Sportschütze und erfahren, wie die Adaptierung heißt dafür. Ich halte es mal in die Kamera. Darf da gerne in die Kommentare schreiben. Das schaut ein wenig so nach Luftwehr aus. Ich habe keine Ahnung. Bin nicht, wie gesagt. Auf eure Hilfe angewiesen. Auf jeden Fall ist es ein Adapter. Den brauche ich natürlich nicht. Das Tüchlein schmaße ich da rüber. So, und dann das wichtigste Teil. Das EyeSight. Hat eine schöne Schutzkappe. Ich zeige es euch einmal ein wenig. Ziehen wir ab. Mal alle Ansichten. Da schaltet man es ein, ziemlich sicher. Da oben habe ich Verstellung. Seht ihr hier. Da ist auch wieder Verstellung. Und da ist der Glammering. So. Schauen wir mal versuchen, dass man so durchschauen könnte. Also so sieht es aus. Klein, schnuffig, kompakt. Und der Plan ist, das jetzt eben da drauf zu bauen. Das mache ich auch. Dafür durch die Kappe wieder drauf. Man weiß ja nie. Und ich gehe jetzt einfach mal vor, nach dem, was mir hier geraten wird. Montage. So. Um auf dem Pointer eine Aufsteckschienen. Punkt 22 Kaliber zu montieren. Befestigungsschraube 8. Das ist die da. Lösen. Machen wir. Aufsteckschiene montieren. Und mit dem zugehörigen Schlüssel gut befestigen. Also ich habe das schon gehört, mit dem Schlüssel gut befestigen. Was auch immer das heißt. Handfest oder 2 Newtonmeter. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich leider zuartig Maschinenbauer. Das riecht mich eben auf. Also wenn man schon so eine Anleitung macht, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man versuchen würde, einen Drehmoment mit anzugeben. So, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Jawohl. Ich schiebe es ganz nach vorne. Und jetzt drehen wir es mal erst handfest. So, und ich bin Maschinenbauer. Deswegen habe ich mir zurechtgelegt, mal grundsätzlich einen Drehmomentschlüssel. Ja, ich bin der Fan von Schleppzeigern. Weil ich da notfalls auch einmal einen Drehmoment von irgendwas, das schon festgeschraubt ist, abgreifen kann. Und ich, in der Regel, ist immer alles 2 Newtonmeter. Ich schaue jetzt einmal, wie sich das anfühlt, wenn ich hier mit 2 Newtonmeter anziehe. Das riecht mir zum Beispiel auch schon auf, ja. Dass man da keine Sechskantaufnahme hat, sondern eine bescheuerte Rändelschraube, ja. Mit einem Schlitz. Jetzt muss ich da mit so einem scheiß breiten, großen Schlitz in die Schraube rein. Mach es ja am Ende noch kaputt und das riecht mir einfach auf. So, jetzt haben wir einen Newtonmeter Anzugsmoment. Also ich traue mich nicht mehr, das fühlt sich nicht gut an. Wir lassen es immer so. Das war eigentlich schon die ganze Montage. So, Batteriewechsel interessiert mich nicht. Verwendung. So, halten Sie die Taste 5, das ist die da. Mehr als 2 Sekunden gedrückt. Bla bla bla, dann geht er an. Okay, das machen wir jetzt dann gleich einmal. Ich mache mir mal einen Schalldämpfer runter, weil ich jetzt dann das klassisch mache, wie beim Zielfernrohr auch. Ich schaue durch den Lauf. Und dann schaue ich, wo der Rotpunkt liegt. Den lege ich einmal, wo lege ich denn hin, wo es trocken ist. Einfach einmal da so hin, da kann er nicht weg. Okay, gut. Den räumen wir auf. Der ist mir jetzt nur im Weg. Ich bin an der Waffe vorne vorbeigelaufen, aber der Profi hat mittlerweile schon lange erkannt, dass hier der Verschluss offen ist. Also von der Waffe geht keine Gefahr aus. Außer, dass ich vielleicht hängerbleibe und mich aufreiße oder so. Wisst ihr ja. Ja, das packe ich auch gleich einmal weg. Das braucht jetzt auch keine Sau mehr. Gut. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt können wir starten. Das Werkzeug lege ich da rein. Also. Ich habe heute wieder meinen Shooting Rest. K-Zone, ja. MTM, die Firma, die das Ding herstellt. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen. Es gibt verschiedene Größen von dem Gerät. Mir gefällt der einfach, habe ich schon mal erwähnt, in einem anderen Video besser. Der ist einfach kompakter. Und besseres Handling für mich möglich. Hat sogar Staufach hier. Also da könnt ihr jetzt praktisch was reinlegen und wieder zu machen. Ja, ganz toll. Also vielleicht ein wenig so Zielscheiben und so Zeug kann man da rein tun. So Klebezielscheiben. Gibt es verschiedene Sachen. Gut. Dann tun wir mal einen Verschluss raus. Das hätte ich so oder so gemacht, einfach mal um durch den Lauf zu schauen, ob er frei von Öl ist und Fremdkörpern. Das haben wir ja gelernt bei der Jägerprüfung. In so einem Sprüchlein. Und dann schauen wir mal, wo der Rotpunkt ist. Ich habe vorhin noch drauf geschaut. Die Verstellung auf 100 Yards sind, ist ein Klick, sind praktisch ein MOA, also 2,9 Zentimeter. Das heißt also bei 50 Meter muss man es entsprechend immer verdoppeln. Ja, das schaut ganz gut aus. Und letztendlich, die etwas schneller denken wie ich, haben jetzt schon festgestellt, du hättest jetzt ja genauso gut da ein Absehen einstellen können. Du hast ja die Waffe eingeschossen. Genauso schaut es aus. Also ich bin beeindruckt, wie gut ich das gemacht habe. Ich bin jetzt genau im Pulsei. Und jetzt schalten wir das Ding einmal ein. Ich glaube, ich habe es wieder ausgeschaltet. Ah, da ist er. Jetzt ist er da. Sehr gut. So, und wenn ich jetzt schießen würde, würde ich in die Rüben landen. Also die Waffe ist immer noch, und da seht ihr mal, wie gut dieser Shooting Rest wirklich ist. Die ist immer noch da, wo sie sein sollte. Jetzt habe ich es ein wenig nachjustiert. Und, zack, also ich versuche das bewusst wirklich One-Cut zu lassen, auch für die Schlauberger, dass das einfach alle immer sehen. Das ist ja auch kein Zufall, das wiederhole ich immer gern in Videos, dass ich das im Revier mache, damit einfach alle sehen, ey, jagdlich betrachtet ist das echt nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja die Absicht, die ich habe. Ihr braucht jetzt keine Ahnung, keine Werkstatt oder spezielles Licht oder Spezialwerkzeug. Ihr braucht eigentlich nur Sachverstand mehr. braucht er eigentlich nicht. So. Okay. Also da bin ich gut weg. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht viel zählen im eigentlichen Sinn, weil ich ja weiß, wo es absehen steht und da will ich jetzt mit meinem Rotpunkt hin. Und jetzt schauen wir mal. Ich probiere es jetzt einfach einmal aus, Leute. Ja. Das geht sehr gut. Ja, das ist gut. Elevation, gell? Wenig rauf mit dem Ding. Also ich unterstelle, dass ich auf der Scheibe bin. Wir machen es jetzt einmal so, ich gebe jetzt einen Schuss ab, indem ich das Zielfernrohr benutze und dann auf dem Fuß folgend gebe ich einen Schuss ab mit dem Red Dot. Ich will es jetzt aber trotzdem noch ein wenig nachjustieren. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich auf der Scheibe bin. Drauf geschissen. Also wie gesagt, ich lade jetzt mal zwei Schuss da mit der Munition. Die zeige ich euch ganz kurz einmal, die Patrone. Na, so schaut die aus. Tug Nature, Bleifrei von Brennecke. Die war neulich im Angebot. So schlug ich zu. Und jetzt schauen wir mal. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob er es schaut. Wir werden sehen. Ups, mein Fehler. Okay, dann immer ganz wichtig, der Appell an euch alle, wir schießen zwar mit Schalldämpfer, aber man muss das nicht provozieren, deswegen bitte immer Gehörschutz auf. Das ist hier übrigens der Klassiker, das ist die Kombination R8 und Hauskennschalldämpfer. Und manchmal stelle ich mich da einfach so blöd an, das Gewinde zu finden am Anfang, gibt es nicht. Okay, gleich einmal die Parallaxe auf 50 runterdrehen. Auch das kann ich nur jedem empfehlen, kauft euch ein Glas mit Parallaxe-Ausgleich, den ihr selber einstellen könnt. So, jetzt nochmal überlegen. Das Ding ist fest, wenn nicht, wird es mir jetzt gleich um die Ohren fliegen. Wir schießen, ich wiederhole das gerne noch einmal, einen Schuss mit der Waffe regulär. Mit dem Zielfernrohr und dann mit dem Red Dot. Und mir geht es jetzt maßgeblich tatsächlich darum, liegen die Schüsse einigermaßen beieinander. Dann weiß ich, wie gut ich es eingestellt habe. Okay, gehen wir es an. Ich mache jetzt trotzdem noch einmal an den Kontrollglotzer. Gespannt ist er noch nicht, habt ihr ja gesehen. Also jetzt bin ich wirklich im Pulzei nach Absehen. Ich bin ohne, das kann nicht, muss passen. Schauen wir einfach mal. Wenn es mir jetzt dann mein Handy zuschießt, dann ist halt so, ne? Höhere Gewalt. So, also erster Schuss und jetzt schießen wir Red Dot. Ich schaue, bevor ich den Schuss abgebe, natürlich noch einmal durchs Zielfernrohr. Nicht, dass er jetzt irgendwo da oben raufschießt. Das Ding hat sich verstellt, ne? Und dann schieße ich irgendeinen Vogel runter. Das wäre fatal. Ich mag es komplett anders. Ne, mache ich nicht. Also ich ziehe jetzt mit, ich ziehe jetzt definitiv mit dem Rotpunkt. Und ich habe jetzt noch einmal abgeliehen. Für alle Verschwörungstätiger verstelle ich jetzt die Waffe noch einmal. Und jetzt verziele ich mit dem Rotpunkt und schieße. Und dann weiß ich sicher, ob es passt. Entspannen, aufmachen. Irgendein komisches Geräusch gehört ihr bestimmt auch. So, also die Waffe ist offen und leer. Dann laufen wir mal hin. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel versprochen habe. Mit meiner Ansage ist ja was im Remier, ohne Probleme machen zu können. Ich habe ja schon an anderer Stelle Erfahrung damit. Und, also es ist kein Hexenmerken. Jetzt schauen wir einfach mal, wo der eine Schuss liegt und der andere. Ja, da bin ich sehr zufrieden. Ihr werdet es dann später im Zusammenschnitt sehen. Nein, das da war der erste. Ja, also sprich mit dem Zielfernrohr. Und das da ist der, ups, jetzt bin ich an der Kamera hängen geblieben. Wuscht. Und das da ist der mit dem Red Dot. Und jetzt hat, die Scheibe hat ungefähr 8 cm im Durchmesser. Das heißt, auf dem Wildkörper, auf ein flüchtiges Stück, wie ein Schwein zum Beispiel. Ja, wenn es aus dem Mais rausrennt, überhaupt kein Thema. Da braucht man sich null Sorgen machen. Ja, da sind wir eigentlich schon fertig. Also, coole Sache. Ja, Freunde, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Das ging schneller als erwartet. Ich hoffe, ich habe einige davon überzeugt, dass das alles kein Hexenwerk ist. Traut euch an die ganze Geschichte ran. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Bis dahin. Weidmann Zweil, euer Sauerhund. Macht's gut.